Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Review über The Binding of Isaac Afterbirth. Ich werde euch ein paar der Neuheiten zeigen und versuche dabei nicht zu viel zu spoilern. Es gibt einen neuen Charakter namens Lilith, welchen ihr freischaltet, wenn ihr mit Azazel den neuen Greed-Mode spielt. Lilith ist ein weiblicher Charakter und hat ein rotes und zwei schwarze Herzen. Außerdem hat sie eine Box und einen Begleiter dabei. Der Begleiter schießt für sie, denn schießen kann sie selber nicht und mit Hilfe der Box kann sie ihren Begleiter bzw. alle Begleiter verdoppeln. Das hilft in haarigen Situationen. Kommen wir nun zum neuen Game-Mode, den Greed-Mode. Diesen spielen wir mit Azazel, um Lilith freizuschalten. Hier gibt es neue Räume, wie diesen silbernen Raum, in dem wir Items aus dem Item-Pool von Bossen finden. Des Weiteren haben wir in diesem Hauptraum einen Schalter in der Mitte und einen Timer darunter. Ist der Timer abgelaufen oder haben wir alle Gegner in dieser Welle besiegt? Kommen neue Gegner, solange bis dort keine Zeit mehr steht? Das sind, ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal so 8 Wellen. Fröhlich schnetzeln wir uns also durch Gegnermassen und haben kaum Pause. Des Weiteren gibt es hier einen Stachelraum, einen Goldraum und auch einen Shop. Diesen Shop könnt ihr mithilfe des oben links in der Ecke sich befindenden neuen Objektes, die Items rerollen. Ja, die Goldräume bleiben wie immer erhalten, auch hierfür braucht ihr einen Schlüssel wie immer. Am Ende habt ihr die Möglichkeit, noch einen Boss zu besiegen, bzw. das müsst ihr auch tun, um in die nächste Ebene zu kommen. Habt ihr die Bosse besiegt, habt ihr dann letztendlich die Möglichkeit, den Knopf ein drittes Mal zu drücken, um auch noch den Devil Deal bzw. den Angel Deal freizuschalten. Habt ihr all dies nun geschafft, könnt ihr schön weiter in die nächste Ebene. Davon gibt es reichlich und am Ende wartet auf uns ein böser Boss. Wer das sein wird, das erfahren wir gleich. Hier schnetzeln wir uns erstmal noch ordentlich durch ein paar Gegner. Wir haben natürlich auch alles mögliche an neuen Gegnertypen dabei, wie diese komischen Köppe, dieses Ding, was gelbe Fliegen spawnt, die irgendwie ein bisschen schnell auf uns zufliegen. Oder diese zwei lustigen Geschalten, die mit ihrem Kopf werfen können, aus dem dann eine Spinne wird. Uuuuuh. Natürlich dürfen aber auch neue Bosse nicht fehlen, so wie UltraGreet. Der Boss des Greed-Modes. Oder dieses kleine flinke Kerlchen, was sich fleißig durch den Raum teleportiert und mit einer Ludovico-Kugel auf uns losgeht. Challenges dürfen natürlich auch nicht fehlen. Zehn Stück sind's an der Zahl und eins kann ich euch verraten, die sind ganz schön happig. Über 100 neue Items wird es geben, so wie diese Super-Explosions-Kugel, die uns Tränen verschafft, welche an Gegnern haften bleiben und nach einer Zeit explodieren. Ich kann euch sagen, dass es mächtig, stark und bringt auch Bosse schnell zu Fall. Neue Raumtypen gibt es auch, wie zum Beispiel diese, die um die Ecke knicken. Alles in allem kann ich euch sagen, es gibt viel zu entdecken. Sehr viele Geheimnisse, viele, viele neue Items, neue Flors, ich sag euch, es wird blau. Und, und, und. Wenn euch das zusagt, ich kann nur sagen, klare Kaufempfehlung von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich wissen und lasst ein Like da.